Na, eigentlich hab ich überhaupt nichts dazu gewonnen, Digga. Hey, warum nehmen wir denn überhaupt die Mitte? Der andere Weg ist so einfach, Deko. Links ist so einfach. Digga, sofort durch. Warum haben wir die... Ich bin erstaunt, was für einen hektigen Skate wir an den Tag legen. So, ab geht's. Wieder eine saftige Fallguysmap. Wir sind knapp 30 Leute. Ich glaube, wir sind 28. Und ich hoffe, dass ich natürlich als Erster den Ziel wandern geheide. Natürlich nicht, Junge. Hyperstart. Hyper, hyper. Hä? Hä? Ja. Hä? Warum verwandeln die sich nicht? Warum seid ihr da hinten? Hallo? Hä? Hey, es ist mal Realtalk, was ist da passiert? Hä? Hey, ich bin Marvin, hä? Äh, ich krieg den... Warum verwandeln die sich nicht? Hä? Ich krieg den Checkpoint hier nicht. Warum seid ihr? Hä? Mal ernsthaft, ich steh hier an dem Checkpoint und krieg den nicht. Digga, wie unlogisch ist das? Wow, fuck. Dass die alle einfach rübergefahren sind. Was ist da los? Nice. Leute, ich konnte leider auch nicht überfahren. Ich hab den Checkpoint hier übrigens immer noch nicht. Ich steh hier drinnen. Oh, verspannter. Du musst springen, Bruder, springen! Haha! Los, spring! Marvin, welcher Platz bist du? Äh, ich bin direkt hinter dir. Hallo. Willst du mal kurz stehenbleiben? Von uns ist Trail. Also von mir ist Trail. Ja, den müssen wir nochmal kurz weghauen. Ey, ich hab's nicht, wer hat mich da gerade gebuddyblockt? Wer ist er? Nicht buddyblocken, bitte, 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 bitte. Oh yeah, baby. Natürlich! Skillmöwe ist ja am Vorherz passieren. Auf geht's! Schnell, 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 schnell. Nein, bitte, nur klettern, bitte, nur klettern. Ja. Nein! Oh ja, das kitzelt. Oh ja, das kitzelt. Nur weil ich nicht stehenbleiben wollte. Oh ja. Aha, ich wurde geboddyblockt. Yeah. Oh ja. Oh, ich werde auch verkackt. Fuck, fuck. Hier, rüber spring jetzt. Fuck, fuck. Oh! Warum, Alter? Ey, warum rennst du nicht einfach, du Lappen? Geh doch nicht zu Fuß, Anime-Fan! Runtergekickt, du Lappen. Nein, Deko, nein. Und jetzt geht... Ey. Geh doch einfach, wer ist da vor mir? Nein. Hallo, Deko. Hallo. Hallo. Hallo, wir machen das ganz ruhig. Ja, 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 ganz ruhig. Ey, Marvin. Du bist so ein schlechter Mensch, Alter. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Er rennt einfach die ganze Zeit weiter. Nein! Er geht einfach, wenn du da drauf willst, noch 200 Stufen weiter. Oder sagen wir, er schrittelt. Wir müssen das jetzt einfach... Digga, und jetzt ist das hier so voll, ey, Marvin. Ey, das war so unnötig. Jetzt bin ich wieder hier. Es ist so voll hier. Ja, ja, ja. Jetzt kann ich nicht mehr durchschnitten, weil alle am Schleichen sind. So, und jetzt? Jetzt wieder. Batz. Wenn Marvin es schafft, hat er es nicht verdient. Digga, ich hab's. Und jetzt wieder? Nicht verdient. Ja, Digga! Sowas von verdient. Oh, lecker. Nein, jetzt hab ich wieder diese ganze Fallschirmkacke, Alter. Die ganze Fallschirmkacke. Ey, was ist los? Was ist los? Ey, ich war drauf. Ich mach einen Schritt nach vorne und er läuft komplett drei Schritte weiter im Feld runter. Ja, das war, wenn wir zwei mal so. Geh mal. Geh mal in Ebersicht. Na was? Ne, will ich nicht. Ja, ganz gechillt bleiben. Ist er. Ganz gechillt bleiben. Diamonds are forever. Oh, Havoc, ganz schön. Oh. Na, Digga, hast du Spaß? Ist alles so langsam. Ja, du musst einfach durchrennen. Ich hab richtig Spaß, Alter. Ich bin Platz 29. Ja, wenn die alle vor dir rumstehen, kannst du nicht durchrennen. Oh, nein. Fällst du selber mal runter. Ach, Trail ist hier. Oh, mein Gott. Ich bin ja hier weggeblockt die ganze Zeit. Wie konnte Trail sich nur nach vorne arbeiten? Mit so wenig Skill. Das hab ich jetzt auch saß hier. Wollte schon sagen, hier, Trail, wie konntest du die ganze Zeit hier verkacken? Ist ja richtig... Schwierig hier. Oh, nein, er hat es, ne? Er hat es, nein. Okay. So, ganz, ganz gechillt. Ach, endlich, ey. Ich hab, by the way, Anime-Fälle mal runtergeschoben. Nein, das hab ich auch. So, wie Marvin mich auch untergeschoben hat. Ich musste einmal, äh, meine Geduld wieder auffüllen. Meine Deko, äh, Leiste. So, einmal bitte hier, einmal bitte hier. Oh, Trail, tryhard. Also, mein Auftrag ist sein, jetzt noch Trail fertig zu machen. Come on, come on. Come on, Rennboy. Also, bisher Plätzchen, ne? Dritter Platz. Podest, Bruder. Ey, ich bleib natürlich genau da stehen. Ist das dein Ernst? Vielleicht muss man einfach wieder den Yolo-Karisieren machen. Oh, ich bin vierter. Ja? Uh. Oh, ja, durch. Komm on, come on, come on. Äh, was machen wir bei diesen komischen Bowling-Kugeln? Ja, rüberspringen. Muss man auf den Bowling-Kugeln bleiben, oder was? Ja, ja, ja. Kannst einfach nur in den Schleich-Modus gehen. Man kommt nicht mehr drauf, oder was? Ja, weiß ich nicht. Ich bin zweimal runtergefallen. Ach, das nervig. Du kommst nicht mehr drauf, ne? Wolltest du gerade schieben, oder was? Oh, nein! Oh, Trail ist im Ziel. Fuck, dir hättest du noch gerne rasiert. Aber, Digga, sechs Minuten, ne? Also, ich würd mal sagen, gut nach vorne gearbeitet. Hi, Cashies. Hi, Cashies. Unsportliches Verhalten, muss man dazu sagen. Oh, ja. Hallo. Digga hat immer noch ein bisschen Sand in seiner Wagugu. Hallo! Was hier muss man... Ich bin da runtergeschoben. Muss man rübergeballert werden? Wie geil ist das denn? Oh, das gefällt mir. Okay, Trail, warte doch auf mich. Wir machen das gemeinsam. Komm. Oh, fein. Ja! Hi, Digga. Ich will bitte leben. Ich will bitte leben. Ich will bitte... Okay, ich respawne. Trail, du hättest das warten können. Spring doch! Kletter doch! Okay, vielleicht jetzt hierhin. Oh, yeah! Hier so. Hier. Okay, ich nimm die goldene Mitte. Qua! Oh, ja, voll, guys! War eine geile Memph. Easy, easy. War ein bisschen zu einfach, muss ich sagen. Haben wir. Brrrrra! Oh. Durch da. So, voll, guys. In die nächste Runde. Wird wohl extrem haarig. Digga, wie sieht das gerade noch aus hier? Als wäre ich im Himmel. Jetzt wird rasiert. Gehen wir aus dem Weg hier. Heiko Magic. Seht das bei euch auch so aus hier? So Nebel, Nebel. Nebel, Debel. Ja, ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bitte an mir vorbeiziehen. Dankeschön. Hupi, Schotten! Dankeschön. Dankeschön, Bruder. Ja, Dankeschön. Tray! Aris erstmal mit so einer Kache hier. Bei dir läuft Aris, Digga. Richtig kling, kling. Hallo. Digga, wer bist du, Alter? Ich rasiere dein Leben. Du hast ja gar keine Chance. Guck mal, wie ich dich vorführe. Wie ein Theaterstück. Digga, der, der Spruch, der hat schon, äh, der hat schon gut geknallt. Ja, richtig schlecht, gar keine Reaktion. Ich hätte vielleicht eine andere Köln nehmen sollen, die ist echt scheiße. Hä, die ist geil! Dankeschön! Oh, ne, hier. Einmal bitte drehen und wenden, Dankeschön. Wie ein, äh, Pfannkuchen, der nicht verbringen darf. Oh, den Boost nehme ich mit. Wurde in die Ecke gefickt. Wie die alle haben mir vorbeiziehen. Ciao. Warst du das, Deko? Nee, Deko ist vor mir. Weiß nicht, ich glaub nicht. Ich bin Achter. Ich bin Furz. Warum fahren wir überhaupt mit dem Auto, wenn das nicht zum Fußballcours ist? Ja, man muss so übertriebslange hinfahren. Ja, du schaust, ey. Boah, Digga ist einfach. Nein! Jetzt trinkt euch doch mal, Junge! R-CNC8-Gamer, ciao. Boah, da musst du echt lange fahren. Aber es gefällt mir. So ein geiles Rennen. Irgendwie der Nebel gefällt mir auch. Richtiger Schlachtnebel. Brauche ich eine geile Kurve hier. Ich habe meinen Lachsen da vorne ins Trail. Jawohl. Jawohl! Was ist los? Kriegst du wieder ins Gesicht oder was? Ohne Rücken auf Deko, Alter. Okay, jetzt geht's los. Die Schäfer sind so nicht rein, alle. Ich war gerade noch beim Trail, ey. Bin ich hier zwölfter? Hallo, hallo. Ey, Junge. Was ist falsch bei euch? Oh, das gefällt mir. Noch einer. So, den rotzen wir das mal weg hier. Windschatten, Bruder. Windschatten, Bruder. Digga, weg mit dir, du Lappen. Oh, Windschatten. Digga, ich bin zu nah dran. Ich krieg keinen Windschatten mehr. Oh. Oh. Okay, jetzt kann ich das nach vorne kommen. Kann man irgendwas schießen oder sowas? Geht nicht. Ne. Schade, ich wollte Mittelfinger zeigen. Geht auch nicht. Der bist du am Kar. Digga, du hast ja gar keine Chance. Brrrrra. Ja. Oh ja. Bin Schatten. Oh ja. Bin Schatten, Baby. See ya, see ya. Ey. Okay, bis Bon. Ey, Junge, es ist einfach so traurig. Los, los. Es ist so traurig. Los, 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 los. Was ist traurig? Dein Spielstil oder was? Ja. Wenn wieder vier Leute auf mich gehen und mich wegrammen, dann alle einfach an mir vorbeifahren. Verstehen lassen. Du musst es gelbeweisen. Ein armes trauriges Möglein. Oh mein Gott. Digga, was geht denn hier ab? Ja, ja. Du bist da 18er Platz da hinten. Alter. Ey, ich bin jetzt schon beim Parcours. Äh, man wird hier ordentlich aussortiert. Ich hoffe, das ist... Ja. Wo bin ich, Bruder? Komm schon. Ja. Nein, nein. Ich wieder komplett zurück, ey. Ich hatte da vorne. Warum? Hallo. Ja. Okay, dann kann man hier lang rennen. Okay, ja. Das gefällt mir schon mal. Nein, das wollte ich nicht. Ja, das wollte ich. Ach so muss man laufen. Ja. Nein, nicht zu weit. Oh. Hallo, Ares. Hallo, Trainers. Wuhu. Hallöchen. Der springt jetzt schneller. Oh, oh, oh. Siehst du auch bei dir? Buh. Bad, not bad. Oh. Oh, nein, 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 nein. Oh, ja. Oh, ja. Komm, 10er Platz, ey. Es geht ja gar nicht. Dankeschön. Kommt los, Kalle. Nein. Oh, lol. Was war das? Man weiß es nicht. Ja, einfach rennen, einfach rennen, einfach rennen. Durch die Mitte. Mitte ist wahrscheinlich am schwierigsten, oder? Äh. Hier lang, okay. Brrra. Hä? Hä? Was hat mich da bitte weggeschlagen? Einfach, einfach ein Hauch von nichts. Oh. Irgendwas hat mich in der Mitte weggehauen und ich weiß nicht was. Ja, deswegen. Ähm. Ein Windrad. Nein! Hi, Dicko. Hi. Nimmst du wieder die Mitte? War das ja schon als Ziel? Ja. Oder war das nur ein Punkt? Ne, ist das Ziel. Die Frage ist aber, was war da? Wir haben hier ganz, ganz hinten, Mann. Ja. Ein Windrad. Was raufst du dich? Ach, da. Ah, da. Ich seh's, ja. Batz. Batz. Und hier nochmal, ne? Na, okay. Bam. Bam. Nein. Hör dich in mein Gesicht. Bam. Hilfe. Ey, ist das dein Ernst? Ey, kappen wir einfach richtig hart ins Gesicht, ey. Ich weiß nicht, ob ich das durch die Mitte machen soll. Ich mach's einfach so. Sag mir, wo und wann. Öffne bitte dein Fallschirm los. Ey, was macht der denn immer? Zählt das? Ich versuch's in der Mitte, aber es geht nicht. Ja, eigentlich hab ich überhaupt nichts dazu gewonnen. Digga. Ey, warum, warum nehmen wir denn überhaupt die Mitte? Der andere Weg ist so einfach, Dicko. Links ist so einfach. Digga, sofort durch. Warum hab ich... Was hast du jetzt? Mitte oder nicht? Nimm auf jeden Fall links. Das ist so einfach. Nur ganz am Ende hat mich noch... Ja, das Mitte dann erwischt. Oh, lauf mich da hin. Oh. So, einmal bitte rum. Die boosten sich... Was ist der Baby? Los, los. Das ist schon untauswürdig, ne? So. Okay, ich könnte jetzt richtig krass viel schummeln, ne? Ja, übertrieben. Darf ich das? Ey, warum nimmt mich das die ganze Zeit mit? Ich wurde vom Windrad... Marvin, ich wurde vom Windrad richtig krass weggefickt. Ich bin richtig hart hochgekommen, ich stehe jetzt genau vom Ziel. Achso, du bist so ein Ziel... Ich bin genau... Als ich den Fallschirm aktiviert habe, bin ich genau hier gelandet. Also genau am Anfang. Aber ich mach's nicht, weil es geschummelt. Oh, Trey! Schwer hat's genauso gemacht, einfach reingelaufen. Ist er? Ich weiß jetzt leider nicht, wie das hier geht. Aber ich glaube, das haben alle gemacht, oder? Ey, was? 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 Ich cruise jetzt mal rechts lang. Was denn? Warte, rechts da lang? Ja, ich glaube, rechts ist angenehmer, weil dich das dann nicht komplett rauswämmert. Das dreht sich ja links herum. Also bis jetzt fahre ich jetzt in der Mitte am besten. Ich habe es allerdings auch nur einmal rechts getestet und das war links getestet. Was heißt das? Oh, warte, ich will nicht respawnen. Deswegen gehe ich hier hin. Okay, warum? Ich kann auch einfach respawnen. Ich wollte einfach an den Anfang wieder cruisen. Oh! Ja! Und? Oh, na toll. Ja, oder ich gehe jetzt einfach wieder durch die Mitte. Weiß ich nicht. Warum nicht? Einfach mal hier lang, so. Und da will ich jetzt rüber springen. Ey, ich... Ich bin eine kleine Pussy. Ich weiß jetzt einfach, warum ich wieder zu Fußparcours hasse. Ich weiß es einfach. Digga, diese Map, was ist das? Das hier ist doch gar kein zu Fußparcours richtiger. Natürlich! Soll das sonst sein? Ein Motorradparcours oder was? Ja, aber ein schlechter zu Fußparcours. Ja, es bleibt aber trotzdem zu Fußparcours. Okay, jetzt... Ja, ich kann so eine schlechte Hot or Schrott nehmen und sagen... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bitte wieder draußen. Okay, ich werde jetzt einfach, das nächste Mal, wenn ich hochgeschleudert werde, werde ich auch ins Sieg lösen. Digga, ich könnte glaube ich schon wieder, warte mal, kann ich bitte schnell Fallschirm? Wie bist du jetzt so hochgekommen? Manchmal wirst du noch richtig krass da rumgeboostet. Oh, hi Diko! Hey, an die Stelle, wo du jetzt bist, da kommt man immer hin. Digga, ich hab extra nicht geschummelt und hab wieder im Parcours gelandet, wo ich den Rest dann selber machen kann. Jetzt tricken hier echt an und lasst die auch mit dem Windrad nach oben scheppern oder was. Wie soll das gehen? Mit dem ersten. Nee, ey, das ist mir jetzt wirklich zu blöd, das ist einfach zu random. Ich schnapp mir jetzt das erste Windrad und baller da rüber, ey. Das ist ja so ein Scheiß. Profi. Richtiger Profi. Hey, hi Diko! Ich komm nicht mal ansatzweise auf diese große Höhe. Oh ja. Und aktivieren bitte, aktivieren! Oh ja. Oh. Oh. Komm schon! Steve! Halleluja! 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 Machen wir mal jetzt auf die Fliegen, Digga, hier landen? Ach nee, das ist ja auch nicht. Warte dann. Ich versuche es, ich versuche es. Wow! Wenig mal! Ohhhhh! 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 Hab ich! Ding! Immer so geil geflogen, ey! Ja, wieder! So jetzt aber! Ohhhh! Deko, wieder am Anfang? Ich versuche jetzt mal direkt am Anfang hinzukommen. Ja, ich versuche am Anfang. Das Ding ist, direkt am Anfang geht... Ja! Ja, ja, ja. Oh ja, finally! Oh, hier ist perfekt. Okay, ab hier ist wieder in Ordnung. Komma, 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 Chameleon! Ey, aber wie soll man denn da normal durchkommen? Das geht doch überhaupt nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe es so oft probiert. Was ist jetzt richtig? Eine Sache ist sogar falsch, ne? Ja. Ich bin da schon mal gefallen. Auf Rückweg. Ey, Junge. Das erste Windrad schreit mich immer so niedrig hoch, dass ich in das zweite reingescheppert werde beim Fallschirmziehen. Oh mein Gott, ey. Rein da, ey. Was für ne Map, ey. Was für ne Map. Das letzte Windrad schreit mich. Vielen Dank.